Trotz des durchwachsenen Wetters der vergangenen Tage lud der Zirkus Phantasia zum Sommerfest in den Stadthafen ein. Denn unzählige Male musste das Zelt in den vergangenen 32 Jahren auf- und abgebaut, geklebt und repariert werden. Und auch am robustesten Zelt nackt irgendwann der Zahn der Zeit. Mit dem Projekt Ein neues Kleid für Phantasia wurde deshalb eine große Sammelaktion ins Leben gerufen. Unterstützung gibt es dabei von der Ostseesparkasse. Wir sammeln jetzt Spenden und wenn das Zelt sozusagen bezahlt ist, dann geben wir nochmal eine Meldung. Aber ich bin sehr sicher, dass das klappen wird, weil wir ganz viele Unterstützer hier haben, die mitmachen mit uns. Und wir verdoppeln, um eben den Anreiz zu erhöhen, jetzt was Gutes zu tun. Es soll also die letzte Saison für das traditionsreiche blaugelbe Zelt werden. Noch einmal kann es aus Sicherheitsgründen nicht aufgebaut werden. Aber wer weiß, mit der Spendenaktion könnte es schon passend zum neuen Jahr ein neues Zuhause für die Kultur- und Bildungsangebote des Zirkusses geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017